Ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu unserer Partner-Support-Sprechstunde. Heute geht es um die typischen Fragen, eure wichtigsten Fragen, die ihr gerne im Chat stellen könnt. Eure Mikrofone lassen wir stumm geschaltet, weil wie immer zeichnen wir diesen Termin auf. Wir haben ja eine ganze Serie von Terminen, 44 Stück an der Zahl, die auch ein bisschen aufeinander aufbauen. Und deswegen gibt es das Ganze auf YouTube, auch als Recording beim Sven Langenfeld und bei mir. Könnt ihr also im Nachgang reinschauen und das dort abrufen. Und jetzt bin ich da für eure Fragen, die ihr per Chat schicken könnt. Ich habe in den letzten zwei, drei Tagen zwei Stück per Mail gekriegt. Da ging es einmal um Probleme mit Teams bei der Nutzung von servergespeicherten Profilen und einmal um die Frage mit einem Planner und Benachrichtigungen. Da habe ich jetzt noch keine direkte Lösung dafür, aber ich habe die Mails in der To-Do-Liste. Ich werde mir das anschauen, werde das ausprobieren. Also falls dort die jeweiligen Fragesteller mit online sind, da bitte ich noch um etwas Geduld. Wir haben ja den Partner-Support regelmäßig. Wenn ihr es übrigens mal schneller eine Lösung braucht, könnt ihr immer auch gerne auf LinkedIn in unseren Support-Channel posten. Wenn ihr auf LinkedIn nach WBSC, also Windows Business Solutions Club, das muss man leider ausschreiben bei der LinkedIn-Suche. Also sucht da einfach mal nach Windows Business Solutions Club und dort den Support-Channel. Werdet ihr fündig werden oder ihr seid schon dabei? Da könnt ihr dann auch immer eure Fragen stellen. Und gerade zu so etwas wie diesem Benachrichtigungsthema bei Teams, könnte es natürlich sein, dass da gleich aus der Community schon jemand eine schnelle Lösung parat hat. Ich werde mich aber auf jeden Fall dem auch annehmen. Ja, kommen wir zu euren Fragen. Und eine habe ich da schon gesehen. Da ist eine Frage zum IMAP-Import in Exchange Online. Da ist die Frage, dass oder ob es so ist, dass er die Jobs, die man einträgt, immer wieder abends ausführt, ohne dass man sie nach Beendigung neu startet. Das kommt darauf an, wie man es macht. Es gibt dort eine Möglichkeit, etwas zu schedulen. Also man kann das quasi automatisieren. Man kann das in sogenannten Badges verarbeiten oder man kann das als Einmaljob machen. Das kann man jetzt nicht so ganz pauschal beantworten. Also beides ist möglich. Für ein kleineres Szenario würde man das einmalig machen, dass man das Ganze überträgt. Für ein größeres Szenario würde man das so machen, dass man unter Umständen das in mehreren Wellen überträgt. Also von daher, beides ist möglich. Also ihr schreibt einfach in den Chat rein, was ihr an Fragen so habt, was euch beschäftigt zu Themen, die wir jetzt in den letzten Tagen hatten. Oder Themen, die jetzt vielleicht gar nicht so zur Sprache gekommen sind, wo ihr aber ein aktuelles Problem habt. Ich würde jetzt mal bis Fragen kommen, mich einem Thema widmen, was ich vorbereitet habe. Und zwar haben wir ja jetzt in letzter Zeit viel über hybride Dienste gesprochen. Heute ging es zum Beispiel um das Thema Azure Arc. Da hatte ich ja erläutert, dass Microsoft das Azure Arc als eine Lösung, mit der ich zentral über Richtlinien gesteuert Azure Funktionalitäten nutzen kann. Egal, ob das jetzt in Azure ist oder einer anderen Cloud-balisierten Lösung oder auf einem Azure Stack Hub oder Azure Stack HCI oder auch auf einer beliebigen Hardware von einem OEM, einem regionalen OEM, einem überregionalen OEM. Also volle Flexibilität, die wir hier haben. Jetzt ist es bei dem Azure Arc so, das wurde ja vorgestellt auf der Microsoft Ignite Konferenz 2019. Also ein relativ neues Thema. Allerdings haben wir ja ganz viele Cloud-basierte Services, die wir schon länger kennen und nutzen. Entweder Cloud-only oder als hybriden Service. Da gibt es ein großes Spektrum, großen Umfang, sagen wir mal. Und wir haben dort die Situation, dass natürlich überall Kosten dahinter liegen. Und dem Thema möchte ich mich heute ein bisschen widmen, dass wir das kostenseitig nochmal betrachten. Denn technisch, sage ich das ja immer wieder, bin ich von Azure sehr begeistert. Und es ist sehr imposant, was dort alles geht, was es dort für Möglichkeiten gibt. Kostenseitig ist es nicht so, dass man automatisch sagen kann, das ist teuer oder das ist besonders günstig. Sondern es hängt davon ab, was brauche ich denn, was nutze ich denn. So ist es zum Beispiel so, dass ein Microsoft Azure für einen Kunden, der eigentlich seine lokale IT-Infrastruktur komplett ablösen möchte, unter Umständen auch kostentechnisch eine sehr, sehr interessante Option sein kann. Auf der anderen Seite ist es so, es kann auch für einen Kunden interessant sein, der letztendlich ja unter Umständen ein komplettes Rechenzentrum ablöst. Es kann aber auch sein, dass der Kunde zu einem Schluss kommt und sagt, oh in meinem Szenario ist es effizienter, das Ganze als On-Premises weiter zu betreiben. Irgendwelche virtuellen Maschinen, die ich dort habe oder ähnliches. Also von daher, ja, kostenseitig schauen wir da jetzt mal ein bisschen rein. Wollen wir uns mal einen Kostenkalkulator anschauen. Das ist mein Thema für heute, was ich mitgebracht habe. Bevor ich damit starte, schauen wir aber gleich mal rein. Gestern ging es unter anderem um Azure Monitor. Kann Azure Monitor als Ersatz zum Beispiel für PRTG eingesetzt werden? Müssen die überwachten Systeme in der gleichen Domäne sein? Oder können hier mehrere Systeme in unterschiedlichen On-Premises-Domänen überwacht werden? Also ich würde jetzt mal sagen, eine rein technische Frage. Bei der rein technischen Frage ist es so, dass wir das problemlos tun können. Die müssen gar nicht in der Domäne sein, die müssen nicht im Azure Active Directory sein. Das heißt, mit Azure Monitor kann ich beliebige Systeme überwachen. Das geht auch nicht mal nur für Windows, sondern das geht auch für Linux-basierende Systeme. Und wir haben dort eine hohe Flexibilität, hohe Kompatibilität, domainübergreifend in Arbeitsgruppen, in Domänen, die zusammengehören, die nicht zusammengehören und so weiter. Also mit Vertrauensstellung, ohne Vertrauensstellungen, verschiedenste Optionen und Möglichkeiten hier. Jetzt nutzungstechnisch ist es ja bei Azure so, dass der Azure Bezahlvorgang letztendlich so aussieht, dass Azure vorsieht, dass wir je Kunde einen eigenen Azure Tenent haben. Das heißt nicht, dass da Dinge nicht übergreifend genutzt werden können, aber wenn jetzt der Hintergrund der Frage ist, ich könnte ja Azure Monitor vielleicht nutzen, um meine Kunden zu monitoren, die in unterschiedlichsten Domänen sind. Technisch gar kein Problem. Wenn jetzt der Gedanke weitergeht und dann brauchen die selbst ja gar kein Azure, da sind wir an dem Punkt, technisch wird das funktionieren, aber ich sage mal lizenzseitig, bezahlseitig ist das nicht vorgesehen. Jetzt ist die Frage, wo ist das Problem, dass der Kunde selbst auch ein Azure hat, weil es wäre unproblematisch zu sagen, der Kunde hat Azure und bei dem Kunden laufen keine Kosten auf, weil Azure an sich ist ja kostenfrei und ich nutze dann Azure Monitor als konsolidierende Instanz. Also wie immer bei den Lizenzbedingungen oder Nutzungsbedingungen muss man sich das ein bisschen anschauen, wie das letztendlich dann auszulegen ist, was halt bei dem Azure Monitor nicht vorgesehen ist oder überhaupt bei Azure basierenden Diensten, dass ich etwas, sagen wir mal, wieder vermarkte. Das ist jetzt etwas schwierig. Also ich dürfte nicht unter Azure eine VM bezahlen und jemand anderem weiter vermieten, sondern was ich tun kann, ich kann jemandem eine Azure VM in seine Azure Subscription hinein buchen und kann meine Marsche selbst definieren. Also ich kann festlegen, was kostet dieser Service bei mir. Das ist aber ein großer Unterschied. Einmal läuft die bei ihm im Tenant und einmal läuft die bei mir im Tenant. Wenn ich jetzt also ein zentrales Monitoring für diverse Kundenumgebungen machen möchte, technisch gar kein Problem. Also da können wir alles rund um Nutzungsbedingungen, Lizenzierung und so weiter komplett streichen. Technisch geht es. Also technisch können wir einen Haken ran machen. Von der Nutzung her ist es allerdings so, der jeweilige Kunde bräuchte einen eigenen Azure Tenant. Und jetzt müsste man das genau nochmal in den Nutzungsbedingungen nachlesen. Aber aus meiner Sicht ist es sogar so, der einzelne Kunde müsste sogar das Azure Monitor für sich konfiguriert bekommen. Was bedeutet, die Kosten laufen bei jedem jeweiligen Kunden auf. Es ist also nicht so, dass ich einen großen Kundenblock habe, weil ich von 100 Kunden jeweils im Schnitt 5 Systeme und damit 500 Systeme monitore, sondern ich habe je Kunde den Kostenblock für die X Systeme, die die dort entsprechend einsetzen. Und das könnte ich dann aber technisch wieder konsolidieren. Ich habe unter Umständen, wenn ich das richtig mache, dann bei mir Kosten, die bei Null sind für dieses konsolidierte Management. Ich habe aber den Service in den jeweiligen Kunden hineingebucht. Die Idee von Azure ist also nicht, dass ich einen großen Tenant mache, wo ich VMs drin habe und wo ich Monitoring drin habe und Backup und dann diese Einzelkomponente an den Kunden weiter vermiete, sondern das Konzept von Azure ist, jeder Kunde hat einen Azure Tenant und er hat dort seine Services drin. Die können alle von mir als Partner unter einem gemeinsamen Schirm verwaltet werden. Das ist ein bisschen wie bei Windows Server. Wenn ich einen klassischen Windows Server habe, hat auch jeder Kunde seinen Windows Server. Es ist also nicht so, dass ich sage, ich stelle da bei mir einen Server hin und vermiete den an den Kunden. Wenn ich das mache, bin ich ein Hoster und dann muss ich über eine spezielle Lizenzform, nämlich SPLA lizenzieren, das Service Partner Licensing Agreement, dann darf ich das machen. Aber wenn ich die Situation habe, dass es letztendlich um einen Service geht, um eine Lizenzform über einen Dienst, der für den jeweiligen Kunden lizenziert oder bezahlt wird, dann darf ich den nicht nochmal aufteilen. Es sei denn, es gibt Abhängigkeiten zwischen den Kunden, wenn es um sogenannte verbundene Unternehmen geht, dann dürfte ich das ausnahmsweise tun. Also ich hoffe, das ist klar oder ist es klar geworden, wie das zusammenspielt. Sonst bitte nochmal nachfragen, weil das ist ganz wichtig und es ist gut, dass die Frage gestellt wurde, weil das wird häufig wirklich falsch verstanden. Ich sehe das auch immer wieder, dass Partner, die jetzt mit Escher vielleicht kürzlich neu gestartet sind oder die mit Escher jetzt anfangen, dann genau den Weg gehen, den ich zuerst beschrieben hatte, dass sie hergehen und einen großen Escher-Tenant aufbauen, da Services hineinbuchen und die weiter vermieten. Wie gesagt, meine Marge, die kann ich komplett selber festlegen. Das geht über das CSP-Modell und bei CSP kann ich definieren, was kostet das bei mir. Natürlich gibt es einen Preis zum Beispiel für die Escher-VM bei der Microsoft auf der Webseite. Da gibt es unendlich viele verschiedene Größen, aber für eine definierte Größe. Aber ich könnte ja meinen Kunden sagen, lieber Kunde, bei mir kostet die VM 50% mehr, weil das Management mit drin ist und ein anderer Partner, der verrechnet vielleicht jede Minute, die er mit der Maschine beschäftigt ist, um dort etwas zu konfigurieren extra. Also man muss immer gucken, wie man die Pakete hier schnürt. Gut. Ja, also zur Frage, ich möchte zentrales Monitoring für Kundenumgebungen machen. Kein Problem, technisch sowieso kein Problem. Von der Architektur würde es so aussehen, jeder Kunde braucht seinen Escher-Tenant, damit wir das auch lizenzseitig und bezahlseitig sauber abbilden können. Unterm Strich macht es ja keinen Unterschied für die Kosten. Das heißt, ob ich in meinem Beispiel mit 100 Kunden mit jeweils 5 Systemen für 500 Systeme bezahle und das an meine Kunden weiter berechne, oder ob ich für 100 Kunden jeweils 5 Systeme weiter berechne, weil die in ihrem Escher-Tenant haben, das ist unterm Strich der gleiche Kostenfaktor, ist es bloß ein Unterschied in der Denkweise. Also es wird dadurch jetzt nicht teurer oder sowas an der Stelle. Ich habe vielleicht minimal mehr Verwaltungsaufwand, aber bei der Dimension 500 Systeme wird man das sowieso schon nicht mehr manuell machen mit der Rechnungsstellung, sondern automatisiert. So, jetzt bevor ich loslege in meine Live-Demo reinwechsel und ganz andere Frage, Terminus Server 2016 virtualisieren, kann ich das einfach mit Disk2VHD machen und dann nachher den 2016er virtuell per In-Place-Upgrade auf 2019? In der Theorie ist es vollkommen richtig. Ja, das würde auch funktionieren. Disk2VHD ist ein sehr komfortables Tool. Es gibt übrigens andere Drittanbietertools, wenn ihr sagt, oh, da hat sich schon lange nichts mehr getan beim Disk2VHD, vielleicht bräuchten wir mal was Neueres. Dann ist es zum einen so, das funktioniert immer noch sehr gut, das Disk2VHD, aber es gibt Third-Party-Tools zum Beispiel von VIEM, von Starwine Software, von Five Nines Networks, die teilweise sogar kostenfrei sind zum Virtualisieren von physischen Serben. Bei Microsoft ging das mit dem Azure Site Recovery. Das wundert viele, was sie sagen, Moment, Azure, ich will doch jetzt wieder gar nicht nach Azure. Ihr müsst euch mehr und mehr festspeichern, dass nicht immer, wenn Azure dran steht bei Microsoft, auch ein Azure drin ist. Also, ein typisches Beispiel ist Azure Stack HCI. Azure Stack HCI, da hatten wir jetzt ja mehrere Termine, da hatte ich immer erklärt, Azure Stack HCI, da geht es um einen Begriff, um einen Namen für die zertifizierten Hardware-Systeme. Technisch steckt da Storage Spaces Direct drin. Und bei Azure Site Recovery kann ich natürlich Systeme nach Azure absichern, um die im Fehlerfall dort auszuführen. Und zwar kann ich das machen mit VMs unter Hyper-V, mit VMs unter VMware, aber auch mit physischen Servern, das geht auch. Und weil das geht, kann ich natürlich ein Azure Site Recovery auch nutzen, um einen physischen Server zu virtualisieren. Und das könnte ich dort auch verwenden. Also, es gibt vier verschiedene Tools. Und eine Aktualisierung, da ist jetzt die Frage, wie komplex ist ein Szenario. Jetzt muss man sich das natürlich überlegen. Terminal Server 2016, jetzt virtualisiere ich den erst, da mache ich einen In-Place-Upgrade auf 2019. Würde ich es nicht vielleicht in der Zeit auch schaffen, einen 2019er neu, sauber, so wie ich es haben will, zu installieren? Wenn ich aber sage, nee, auf dem Terminal Server, da ist irgendwo eine Branchensoftware drauf, da brauche ich dann noch den Hersteller, das ist ein riesen Aufwand und Dongle und hin und her, naja, dann würde ich das durchaus so wie beschrieben machen. Ich würde ja den physischen Server nicht komplett lahmlegen oder platt machen, sondern ich würde dort einfach das Netzwerkkabel ziehen, den in die Ecke stellen. Und für den Fall, dass bei dem Schritt der Virtualisierung des In-Place-Upgrades etwas nicht klappt, den wieder hervorholen, hat man dort ja automatisch das Backup letztendlich. Gut, sagten wir, wir wollen mal ein bisschen Kosten betrachten. Ich hatte gerade erklärt, Azure, der jeweilige Kunde, ist letztendlich der, sagen wir mal, Vertragspartner, also derjenige, der dafür bezahlt. Ich habe uns hier einfach mal die Webseite azure.microsoft.com aufgemacht und unter azure.microsoft.com gibt es natürlich nicht nur die Produkte, sondern es gibt hier auch die Preise. Also, wann immer ihr euch fragt, was kostet denn Service XY, hier könnt ihr es nachschauen, was Microsoft als Preis empfiehlt für die Nutzung für den Endkunden. Ihr dürft es dem Endkunden teurer verkaufen. Ihr könnt es dem auch günstiger abgeben, wenn ihr feststellt, oh, der CSP, der gibt mir das ja auch viel günstiger ab. Also, das ist letztendlich der empfohlene Endkundenpreis, sagen wir mal. Das ist letztendlich auch der Preis, den der Kunde zahlen würde, wenn er bei Microsoft direkt einen Azure hat und dann bestimmte Services dir hineinbucht. Also, wenn er sagt, ich mache das nicht über CSP, sondern ich zahle über meine Kreditkarte, ist ja auch eine Option, die besteht. Naja, jetzt, wenn ich denke, es wäre ein Kunde von mir, dann ist aber so, wenn er jetzt bei Microsoft eine Azure Subscription macht und eine VM bucht, dann ist da nicht meine Wartung dabei. Wenn der dann zu mir kommt und sagt, Manfred, du kannst du das System mal sauber konfigurieren, kannst du mal schauen, dass das immer up to date ist. Dann würde ich sagen, ja, kann ich dir regelmäßig eine Rechnung stellen oder ich könnte ihm anbieten, dann vielleicht einen Wartungsvertrag mit mir zu machen, aber ich hätte ja auf jeden Fall das nicht inkludiert. Deswegen würde ich als Partner nie versuchen, mich mit den Preisen zu vergleichen. Weil der Kunde, der kann das doch problemlos, wenn er es lieber will, bei Microsoft kaufen und meinen Service bezahlen. Da fahre ich sicher nicht schlechter, wie wenn er mein Package nimmt, wo ich den Service mit drin habe. Das heißt, beide Optionen bestehen. Ich denke, der Kunde wird schon allein aufgrund der Situation, dass er von Microsoft keine Rechnung kriegt, sondern dass er dort über die Kreditkarte zahlt, lieber zum Partner gehen und sagen, da kriege ich eine ganz reguläre Rechnung und da habe ich auch jemanden gleich noch, der den Service für mich managt. Nämlich gerade eine Anmerkung, CSP liegen teilweise über dem Preis von Microsoft, zum Beispiel bei Calling-Plänen kann das der Fall sein, naja, das würde ich dann mit dem jeweiligen CSP mal diskutieren. Es ist aber so, dass es im Normalfall dort irgendwie um Cent- oder weniger Euro-Beträge geht, was natürlich bei vielen Seeds etwas ausmacht, ganz klar. Das geht mir dann vielleicht von meiner Marge weg, aber die Marge ist ja sowieso nur die eine Komponente. Ich würde da immer auf den Service fokussieren. Also zum Beispiel in meinem konkreten Fall ist es so, ich verkaufe ja 0,0 Microsoft-Produkte, ich mache aber ganz viel Beratung dazu. Also ich bin alleine fokussiert auf das Thema Wissens-Transfer, jetzt sowohl in Webcasts, wie wir es hier machen, aber auch Unterstützung von Partnern und Beratung. Das macht es mir natürlich etwas schwieriger, einen definierten Microsoft-Status zu erreichen, weil der dann hin und wieder auch gekoppelt ist an bestimmte Umsatzvorgaben. Aber an sich ist es so, dass der für jeden von euch letztendlich der größere Teil der Wertschöpfung im Bereich der Beratung und des Supports liegt. Und das würde ich auch immer dem Kunden gegenüber thematisieren, wenn er wirklich einmal auf mich zukommt, dass da irgendetwas vielleicht bei Microsoft auf der Website günstig ist, als ich es anbiete. Ich würde also versuchen, mich da gar nicht vergleichbar zu machen. Ich würde aber immer den CSP drauf ansprechen und sagen, warum ist denn das so? Dann schreibt hier jemand, Azure kann über Rechnung bezahlt werden. Das war mir nicht bewusst, wenn ich das direkt bei Microsoft habe. Ich war der Meinung und bin eigentlich fast weiterhin der Meinung, dass Rechnung nur geht, wenn es über einen Partner läuft. Ich glaube nicht oder ich weiß es nicht verbindlich. Aber okay, muss die Antwort Support-Ticket aufmachen. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Das mag sein, aber über die Website zunächst mal wird genannt, dass eine Bezahlung über die Kreditkarte möglich ist. Gut, jetzt schauen wir mal ein bisschen rein in das Pricing. Weil bei dem Pricing, da sollten wir natürlich schauen, dass wir das Ganze richtig interpretieren, richtig verstehen. Und naja, jetzt ist es so, dass viele Kunden verstehen, was eine virtuelle Maschine ist. Also man könnte immer so anfangen, dass man hier sagt, ich nutze mal eine virtuelle Maschine, beziehungsweise bevor ich das tue. Wir haben hier oben Preise nach Produkt. Das ist quasi die Preisliste. Dann gibt es den Preisrechner. Das ist das, was wir uns gerade anschauen. Das ist ein recht einfaches Tool, was aber so eine erste Kostenschätzung zulässt. Und dann gibt es den Gesamtkostenrechner. Der Gesamtkostenrechner bietet uns die Möglichkeit, auch komplexere Szenarien zu kalkulieren. Und das Ganze geht sogar so weit, dass ich dem Kunden berechnen kann, was ein aktueller Workload unter Azure kostet. Das heißt, ich könnte eine Analyse seines Netzwerks machen. Zum Beispiel geht das mit dem Microsoft Assessment and Planning Toolkit. Das Ergebnis dieser Analyse kann ich dann letztendlich hier hochladen und dann schreibt mir der Azure einen Preis ran. Also das geht von einfache Preiskalkulation bis sehr komplex. Wir bleiben mal bei der einfachen Kalkulation, nehmen mal eine virtuelle Maschine. Denn an der virtuellen Maschine lassen sich ein paar Dinge wunderschön erklären. Und jetzt bin ich da irgendwie rausgesprungen. Ich wollte doch auf den Rechner, aber wahrscheinlich irgendwo unvorsichtig geklickt oder nicht genau hingeschaut. Also, wir wollen eine virtuelle Maschine berechnen. Und das muss ich hier nochmal rausschmeißen. Da hatte ich irgendwie zu viel hinzugefügt. Jetzt ist mein Preisrechner leer. Und jetzt möchte ich mal eine virtuelle Maschine haben. So, die wurde hinzugefügt. Jetzt als erstes geht es um die Frage, wo soll denn die laufen? Es gibt geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, hier ist teurer, hier ist günstiger. Deutschland gibt es zum Beispiel die öffentliche Cloud sozusagen. Da sehen wir jetzt diese D2 würde 20 Cent. Jetzt schalten wir mal auf Euro um. Das kann ich rechts unten machen. Von Dollar auf Euro. So, jetzt schauen wir mal, was kostet die denn in Euro? 0,1746. Jetzt, wenn ich die in Europa West betreibe, naja, dann sehen wir, ist die bei 0,1788. Deutschland West ist die ein bisschen günstiger. Ja, würde man sagen, woher kommt denn das? Na ja, das europäische Rechenzentrum ist ein bisschen älter. Hier ist vielleicht ein bisschen neuere Infrastruktur, kostengünstigere Kühlung. Wie auch immer kann es verschiedene Faktoren haben. Wir können hier mal ganz kurz in die USA schauen. Nehmen wir mal die gleiche Maschine und gehen wir mal nach, ja, USA Westen 2. Da sehen wir es ja noch mal ein bisschen günstiger. Das sind Nuancen, aber es gibt hier Unterschiede zwischen den Rechenzentren. Jetzt, wenn es mir egal ist, in welchem Rechenzentrum der jeweilige Workload läuft, geht es jetzt nicht nur darum, wo sind meine Daten abgelegt, gespeichert. Vielleicht habe ich das ja noch dreimal verschlüsselt, sondern es geht auch darum, wie hoch ist die Latenz. Da ist natürlich die Latenz zu meinem Rechenzentrum in Deutschland geringer als zu dem Rechenzentrum in den USA. Die Kabel dazwischen sind viel kürzer. Aber wenn es keine Rolle spielt, könnte ich auch sagen, lege ich in die USA, spare ich pro Stunde 2 Cent. Kommt schon ein bisschen was zusammen. Wollen wir jetzt nicht, sondern wir nehmen einfach mal, naja, wo wir jetzt gesehen haben, nicht zwischen Deutschland und Europa schwanke. Deutschland ist ein bisschen günstiger. Also nehme ich hier das Rechenzentrum in Deutschland. Betriebssystem. Nehme ich mal Windows. Nur das Betriebssystem, Tarifstandard. Naja, jetzt hat die Instanz Bezeichnungen. Also es gibt zum Beispiel die DDT2. Die hat zwei virtuelle CPUs, 8 GB RAM, 50 GB temporären Speicher. Das hier die V3. Da gibt es auch eine V2 und eine V1. Vielleicht gibt es sogar auch schon eine V4. Das muss man dann immer gucken, was da gerade so der Stand ist. Das heißt, wir konfigurieren nicht beliebig frei Memory, CPU und Speicher, sondern das ist in Größenklassen aufgeteilt. Jetzt sieht man aber, die Liste ist lang. Und jetzt bin ich in Deutschland. Es kann durchaus sein, wenn ich ein US-Rechenzentrum auswähle, dass die Liste dort noch länger ist. Also es gibt wirklich sehr viele Kombinationen. Wir bleiben mal bei der, die ursprünglich ausgewählt war. Wir wollen uns mal eine virtuelle Maschine anschauen. Die soll 730 Stunden laufen im Monat. Das heißt, die soll 24 mal 7 laufen. Und dann kostet mich diese Maschine pro Monat 127 Euro. Jetzt die Frage, ist das viel oder wenig? Wenn ich es mal hochrechne, braucht man nur einen einfachen Taschenrechner. Dann ist es so, dass bei den 127 Euro, jetzt nehme ich das mal 12, dann sind es 1524. Wenn ich sage, der Kunde hat so eine typische Serverlaufzeit von drei Jahren und das relativ kurz, sind es 4500 Euro. Jetzt gibt es immer wieder mal die Diskussion, dass im Gespräch gesagt wird, Mensch, für 4500 Euro kann ich mir einen ordentlichen Server kaufen. Das stimmt. Und auf diesem Server kann ich mehr als eine VM betreiben. Das stimmt auch. Wenn ich den Server mit Standard lizenziere, habe ich ja zwei virtuelle Nutzungsrechte. Wenn ich ihn mit Data Center lizenziere, habe ich unlimitiert viele virtuelle Nutzungsrechte. Da gibt es gerade was ganz aktuell Interessantes. Da gibt es ja so eine Azure Stack HCI Robo Lizenz, eine Remote Office Branch Office Lizenz, also eine Data Center Lizenz quasi für etwas kleineres Szenarien. Das ist eine Lizenz, was die OEMs, die sie im Angebot haben, das hat nicht jeder OEM mit jeder Hardware verkaufen dürfen, die maximal acht Kerne hat. Also diese Robo Lizenz ist auf acht Cores limitiert. Bedeutet, wir haben da so eine Art Zwischending jetzt, aber nicht als Volumen Lizenz verfügbar, nicht bei jedem OEM verfügbar. Aber wie gesagt, diejenigen, die es haben, ist eine spannende Geschichte, eine spannende Option. Klar, Lizenzkosten haben wir, Hardwarekosten haben wir, werden wir, aber wenn wir uns diese Preise hier anschauen, müssen wir nur mal überlegen, ich habe zwei dieser VMs. Ich brauche vielleicht einen Domain Controller und einen Applikationsserver, nehme ich das mal zwei, bin ich schon bei 9000 Euro. Jetzt muss ich unter Azure aber wissen, das Ganze ist immer hoch verfügbar. Also Microsoft hat da nicht eine VM auf einem Host, wo Microsoft sagt, wenn jetzt was passiert, Backup gibt es nicht und es war leider halt dein Host, der betroffen war, lieber Kunde, sondern das Ganze ist hoch verfügbar. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen um die Infrastruktur hier. Das ist natürlich eine gute Sache und würde On-Premises dazu führen, dass ich sagen würde, ich muss ein Cluster aufbauen, wenn ich das hoch verfügbar haben will. Und dann bin ich noch nicht im gleichen Level wie unter Azure, weil unter Azure habe ich wirklich auf Datacenter-Niveau höchste Verfügbarkeit. Wenn ich On-Premises ein Cluster aufbaue, werde ich so im Rahmen zwischen 10.000 und 20.000 Euro beginnen. So 10.000 Euro wäre ein extrem günstiger Cluster, so der typische Einstieg ist so bei 20.000 Euro, irgendwo dazwischen werden wir liegen. Dann sind wir schon am Punkt, dass wir sagen, Moment, jetzt haben wir hier kalkuliert, diese Maschine, wenn wir die mal zwei nehmen, wenn die drei Jahre lang so betrieben wird, dann haben wir hier die Kosten von 9000 Euro. Jetzt würde man sagen, auf dem Cluster, das machen wir ja nie für zwei VMs, wenn der Kunde nur zwei virtuelle Maschinen hat, dann sind die vielleicht nicht so wichtig, dass er ein Cluster braucht. Der hat tatsächlich acht von den Maschinen, also nehme ich das nochmal mal vier hier, dann bin ich plötzlich, wenn ich es unter Azure laufen lassen würde, mit diesem Workload, mit acht dieser VMs jetzt bei 36.000 Euro, bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, On-Premises kriege ich da vielleicht ein Cluster dafür realisiert. Was ich damit sagen will, bitte vergleicht nicht Äpfel mit Birnen, also geht nicht her und berechnet hier eine VM und rechnet dann aus, was kostet mich der, ich sage es mal überspitzt 0815 Server On-Premises, sondern erklärt dem Kunden, das hier ist halt immer voll redundant innerhalb des Rechenzentrums. Es gibt sogar noch eine Georedundanz, die muss aber hinzugebucht werden, die ist nicht automatisch mit dabei. Also wenn ich das auch zwischen den Rechenzentren noch redundant haben will, habe ich Extrakosten, aber wenn ich das innerhalb des Rechenzentrums redundant haben will, das ist immer mit dabei. Wenn der Kunde sagt, das brauche ich nicht, dann kann ich ihm On-Premises einen einfachen Server verkaufen und der Azure gibt es das halt nicht komplett ohne Redundanz. Es gibt hier verschiedene Größenklassen bei der VM und es gibt natürlich Punkte, wo ich Kosten einsparen kann. Also zum Beispiel hatte ich das Ganze ja gerade auf drei Jahre kalkuliert. Und wir sehen, es gibt hier eine Möglichkeit, diese Instanz zu reservieren. Wenn ich also von vornherein weiß, diese Maschine, die braucht kein Pay-Per-Use. Denn das ursprüngliche Konzept, die ursprüngliche Idee von Azure ist, dass wir durchgängigen Pay-Per-Use haben. Dass wir also alle Dienste nutzungsabhängig bezahlen. Es gibt aber viele Kunden, die sagen, das brauchen wir nicht. Ich will das garantiert ein Jahr lang so betreiben, spare ich 68%. Oder ich möchte das drei Jahre lang so betreiben, spare ich 79%. Und ich kann entscheiden, ob ich das Ganze dann monatlich oder voraus bezahle. Früher ging das nur voraus, musste ich das komplett für den Zeitraum bezahlen. Jetzt geht es auch bei einer monatlichen Zahlweise, aber es ist wie ein Abo, da komme ich nicht einfach raus. Also wenn ich die für drei Jahre reserviere, habe ich ein Drei-Jahres-Abo. Gut, da gibt es verschiedene Konstellationen, wo es dann einfach nicht weitergeht. Also wenn jetzt da ein Unternehmen dann zum Beispiel nicht mehr existieren sollte, wenn vielleicht ein Unternehmen Insolvenz geht oder sowas. Aber zunächst mal, eine Reservierung ist ein verbindliches Abo dieses Services. Es wird nie ein Problem sein, den in einen größeren umzuwandeln. Wenn ich feststelle, die Maschine ist mir zu klein, ich brauche dort mehr Ressourcen. Es wird aber nicht so einfach gehen, das runterzureduzieren. Wenn ich jetzt aber weiß, braucht es sicher für drei Jahre. Und wenn ich auch weiß, ich will mich dort unter Umständen absichern, dass ich das garantiert auch finanztechnisch mit eingeplant habe, kann ich es ja vorauszahlen. Dann ist es wie im Kauf einer Hardware, die ich dann drei Jahre nutze letztendlich. Also Vorauszahlung, monatliche Bezahlung, können wir ganz ordentlich was sparen. Ursprünglich kamen wir bei der Maschine mit 127 Euro, jetzt wären wir dann bei 83 Euro. Unabhängig davon ist das Thema der Windows-Lizenz. Circa 40% der Kosten, die hier angegeben sind, sind die Kosten für die Windows-Lizenz, die da drin steckt. Also das Windows-Server-Nutzungsrecht. Ich brauche keine Windows-Server-Lizenz. Wenn ich diese 127 Euro-Option hier nehme, dann habe ich eine VM unter Azure, wo der Windows-Server mit drin ist. Mit all seinen Funktionalitäten, alles drin, alles gut, alles dran. Jetzt könnte ich einen Azure Hybrid-Vorteil nutzen. Wenn ich den Azure Hybrid-Vorteil verwende, dann merke ich, die Maschine wird plötzlich massiv günstiger. Jetzt haben wir eine VM unter Azure mit zwei virtuellen CPUs. Ich spare mir dadurch aber monatlich 50 oder 56 Euro. Das heißt, ich spare mir im Jahr über 600 Euro. Jetzt kann ich dieses Hybrid-Nutzungsrecht verwenden, wenn ich einen Windows-Server gekauft habe mit Software Assurance. Und ihr wisst, dass ihr zu einem Windows-Server mit Software Assurance besonders günstig kommt, wenn ihr eine OM-Lizenz nehmt und eine Software Assurance hinzufügt. Das heißt, meine Empfehlung wäre, wenn ihr hier Azure Compute, also VMs, über einen etwas längeren Zeitraum betreibt, wenn ihr dort also eine Instanz dauerhaft habt, dann bezahlt die Lizenz nicht über Azure, sondern nutzt den Azure Hybrid-Vorteil. Jetzt gehen wir mal eine Nummer größer, gehen wir mal auf eine Maschine, wo sich das richtig darstellt. Wir nehmen mal die hier, 8V-CPUs. Wir sind plötzlich bei Kosten von 509 Euro im Monat. Den Azure Hybrid-Vorteil, wenn wir aktivieren, da sparen wir monatlich 226 Euro. Wir sparen also im Jahr fast 3000 Euro für diese Maschine letztendlich, lizenztechnisch, wenn wir unsere Lizenz mitbringen würden. Rechnen wir es nochmal genau aus. Kopfrechnen bin ich heute irgendwie noch zu langsam. Also sind wir bei 2712 Euro und ein paar Cent oder ein paar Euro mehr. Jetzt könnten wir aber diese VM nutzen, wenn wir On-Premises Windows Server Standard lizenzieren, OEM mit Software Assurance. Da wisst ihr, das kostet weniger als die Hälfte. Wir haben dann Standard. Wenn wir Standard für 16 CPUs On-Premises lizenzieren, dürften wir zwei dieser virtuellen Maschinen unter Azure betreiben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt zwei dieser virtuellen Maschinen. Dann hätten wir hier unten 1000 Euro monatliche Kosten für die VM. Jetzt nehmen wir den Azure Hybrid-Vorteil. Wir sparen uns monatlich 453 und somit haben wir dieses Bundle Standard-Lizenz mit Software Assurance nach drei, spätestens vier Monaten amortisiert. Da die Software Assurance zwei Jahre lang läuft, habt ihr mindestens 20 Monate, wo ihr 453 Euro spart. In diesem Szenario ist nur eine mögliche Berechnung. Und 453 mal 20 wären 9000 Euro. Das bedeutet, das passt hier natürlich perfekt, wie ich die Größen gewählt habe. Aber wenn ihr so eine Lizenz maximal möglich ausnutzt, dann könnt ihr über zwei Jahre gerechnet, und das ist die Laufzeit der Software Assurance, euch durch den Hybrid-Vorteil in dem Beispiel 9000 Euro sparen oder eurem Kunden sparen, wie ihr das dann immer handelt, ist euch überlassen. Aber es wäre ja Wahnsinn, dieses Geld in Anführungszeichen einfach zu verschenken, wenn es die Option gibt. Wir machen dort ja nichts Falsches. Die Regelung sieht wie folgt aus. Wenn ich einen Windows Server Standard mit Software Assurance on-premises habe, dann darf ich den mit den lizenzierten Kernen entweder on-premises betreiben oder unter Azure mit bis zu zwei virtuellen Maschinen, die in Summe die Anzahl der Kerne, die ich on-premises habe, nicht überschreiten. Also ich bin jetzt einfach mal von der Basislizenz ausgegangen mit den 16 Kernen. Das heißt, ich dürfte unter Azure zwei VMs mit 8V-CPUs betreiben. Nachdem ich die Hardware-Ressourcen auch allen Geld koste, ist es ja natürlich so, wenn der Kunde die 8V-CPUs nicht braucht, und die 32 GB RAM, dann nimmt er die etwas kleinere Maschine und dann ist natürlich mein Einsparungspotenzial geringer. Aber es ist immer noch so, dass es für mich günstiger ist, die Lizenz zu kaufen. Ich darf halt nicht den Fehler in Anführungszeichen machen, dass ich sage, ich kaufe on-premises die Volumen-Lizenz mit Software Assurance, weil dann bin ich natürlich da auch gleich mal wieder 40% teurer. Dann habe ich da wieder was verschenkt. Wenn ich hingegen die Kombi nehme OEM-Lizenz mit Software Assurance, und das ist ja vollkommen legitim, weil zum Beispiel so eine ROC-Lizenz kann ich jederzeit kaufen oder auch eine System Builder und kann dann bis zu 90 Tage nach dem Kauf die Software Assurance hinzufügen, dann bin ich dort fein. Wichtig, dass es auf Vertrauensbasis ist. Das hier ist ja sowieso nur ein Rechner, aber wenn ich die VM anlege, dann fragt er mich auch, ob ich die Lizenz habe. Wenn ich dort sage, ja, habe ich, dann spare ich das Geld, auch wenn ich die Lizenz gar nicht habe. Aber es könnte natürlich irgendwo im Rahmen einer Lizenzprüfung einmal auffallen und dann zu massiven Nachzahlungen kommen. Deswegen wäre meine Empfehlung, kauft wirklich das Bundle. Dann könnt ihr diesen Kostenspareffekt mitnehmen. Das Bezahlen des Betriebssystems über Azure Pay-Per-Use ist nur dann sinnvoll, wenn wir eine nutzungsbasierte Zahlung haben. Jetzt bleiben wir bei der Maschine, die wir hatten, mit den 8V-CPUs, wo es so schön passt. Und jetzt haben wir die gar nicht 730 Stunden im Monat laufen, sondern wir haben die jeden Arbeitstag zwei Stunden laufen. Und wir haben zwar wieder zwei dieser Maschinen, kämen also, wenn die durchlaufen, auf 1019 Euro. Aber wir haben die jeden Tag zwei Stunden an. 20 Tage im Monat, also 40 Stunden im Monat. Na ja, dann schaut das plötzlich so aus, dass das nur noch 55 Euro kostet. Und damit ist es natürlich so, dass ich, das müsste mir jetzt ausrechnen, aber mir die Windows Server Lizenz lange nicht kaufen kann. Also Pay-Per-Use, wenn ich das ausnutze, weil ich wirklich nur in wenigen Zeiteinheiten den Service konsumiere, da ist immer die Pay-Per-Use-Variante die bessere. Wenn es hingegen so ist, dass ich sage, na ja, ich möchte die wirklich die ganze Zeit laufen lassen, das ist meine Infrastruktur, dann müsste ich kombinieren, Vorauszahlung und Azure Hybrid Vorteil. Na ja, und dann werden von den vormals 1000 Euro im Monat, jetzt ungefähr 200 Euro im Monat, ist also ein Fünftel des Preises nur noch. Da kann man also relativ viel machen, wenn man die Optionen sinnvoll nutzt. Wichtig nochmal, der Appell an alle, wenn ihr Windows Server und der Azure nutzt, die ihr kontinuierlich betreibt, dann kauft die Lizenz bitte, startet sie mit Software Assurance aus und dann dürft ihr die dorthin transportieren. Ihr dürft es leider nicht tun, wenn ihr die Software Assurance weglasst. Dann ist dieser Hybrid Vorteil nicht dabei. Der ist wirklich an die Software Assurance gebunden. Es ist also ganz wichtig, das zu speichern, beziehungsweise zu merken. Und was auch noch wichtig wäre, ich hatte es schon kurz erwähnt, bei der Standardlizenz darf ich unter Azure, darf ich entweder On-Premises die Lizenz verwenden oder unter Azure. Da ist ein großes Oder dazwischen. Wenn ich sie On-Premises habe, darf ich auf meinem lizenzierten Host Hyper-V nutzen und zwei VMs auf diesem lizenzierten Host. Wenn ich die Lizenz in Azure nutze, dann darf ich dort zwei VMs mit in Summe maximal den 16 Kernen betreiben. So, wenn ich jetzt eine Data Center Lizenz On-Premises habe mit Software Assurance, dann darf ich die On-Premises betreiben und zwei VMs unter Azure. Das heißt, wenn der Kunde On-Premises Data Center lizenziert hat mit Software Assurance, dann darf er die Anzahl seiner lizenzierten Kerne, mindestens 16, zusätzlich für zwei VMs unter Azure verwenden. Das heißt, er hätte letztendlich bei zwei VMs, die er unter Azure hat, den Kosteneinsparungseffekt von diesen hier, hatten wir sehen können, irgendwie um die 56 Prozent, was das Ganze ausmacht. 50 Prozent, ich hatte gesagt 40 Prozent, 40 Prozent waren es ungefähr. Also einen enormen Kosteneinspareffekt auf jeden Fall, den er dort für die VMs verwenden kann. Wäre also meine Empfehlung, das an der Stelle zu tun. Das geht übrigens auch mit einem SQL Server. Wenn ich mir hier sage, ich will nicht nur einen Windows Server da drauf haben, sondern ich will auch noch einen SQL Server. Jetzt gehen wir mal auf eine VM zurück. Jetzt nehmen wir vielleicht nicht gleich einen SQL Server Enterprise, sondern einen Standard. dann ist es so, dass wir plötzlich für eine VM bei den 1000 Euro sind. Vorhin waren wir bei zwei VMs. Klar, ich muss ja den SQL Server irgendwie mitbezahlen. Aber wir sehen hier, auch dort gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu reservieren. Bei dem SQL Server. Und es gibt jetzt der Kalkulator hier nicht her. Das wundert mich. Moment. Das könnte daran liegen. Nein, da gibt es auch bei der Enterprise Edition nicht her. Auch für den SQL Server gibt es so einen Hybridvorteil. Das heißt, auch bei dem SQL Server kann ich durch eine Software Assurance hier erreichen, dass ich die Lizenz nicht unter Azure über Pay-Per-Use zahlen muss, sondern enthalten habe. Umgekehrt ist es natürlich wieder so, stellt euch mal vor, ihr braucht einmal im Monat einen SQL Server Enterprise für eine Auswertung. Enterprise hat ja beim SQL Server wirklich einige besondere Funktionen. Und stellt euch auch mal vor, ihr braucht ihn auf einer richtig leistungsfähigen Maschine. Ihr braucht dort irgendwas, was ihr On-Premises vielleicht nicht zur Verfügung habt. Schauen wir da mal rein. Gibt es ja 128 Kerne. Entschuldigung, 32. Hier 128 Kerne. So was richtig Großes. Diese 128 Kerne, 2 Terabyte Memory SQL Server Enterprise. Da werden wir einige Möglichkeit haben, die wir mit Standard, also mit 0815 Hardware, sage ich mal, nicht haben. Ihr müsst erst mal einen Server mit 128 Core, und 2 Terabyte Memory bei mir kaufen, das ist auch noch hoch verfügbar. Na ja, gut. Jetzt, wenn ich den einen Monat lang laufen lasse, mit SQL Server Enterprise, kostet er nämlich 44.000 Euro in diesem Monat. Pay per Use. Wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, dass ich sage, ich brauche den einmal im Monat, an einem Tag, für maximal 8 Stunden, na ja, kostet der nur noch 489 Euro. Jetzt würde man sagen, na ja, den brauche ich aber jeden Monat, also habe ich den 12 Mal im Jahr, sind auch 6.000 Euro. Und das mache ich vielleicht 10 Jahre lang, dann sind es 60.000 Euro. Aber eine SQL Server Enterprise Lizenz für 128 Kerne, ich weiß gar nicht, ob wir da noch in den Hunderttausenden Euro sind, oder ob wir da schon in die Millionen kommen. Das müssten wir jetzt mal ausrechnen. Aber Enterprise wird immer Core-basiert lizenziert. Wir sind dort bei einer Core-Lizenzpreis von irgendwas um die 15.000 Euro, glaube ich. Also da kommen richtig, richtig große Summen zusammen. Und da profitieren wir wieder von dem Pay-Per-Use. Oder, wenn wir sie halt permanent laufen lassen, haben wir den Vorteil der Reservierung. Aber da kann man dann immer an den Punkt kommen, dass man sagt, na ja, ich kann zwar ein bisschen was durch den Hybrid-Vorteil rausholen, aber ich möchte unter Umständen oder ganz sicher das mal vergleichen, was mich das On-Premises kostet. Jetzt eine Frage. Wenn man ein Datacenter mit Software Assurance hat, der lokal installiert ist, darf diese Lizenz gar nicht mehr für Azure genutzt werden, obwohl ich unlimitiert viele VMs habe. Korrekt? Nee, das ist so nicht korrekt. Also bei Standard ist es so, da habe ich ja bei korrekter Lizenzierung des Hosts zwei virtuelle Windows-Servernutzungsrechte. Jetzt ist wichtig, ich muss immer die Software Assurance dazu haben. Sollte ich das jetzt also irgendwo mal vergessen zu sagen, ohne SA gilt dieser Hybrid-Vorteil nicht. Aber jetzt nehmen wir an, ich habe eine Standard-Lizenz mit Software Assurance. Dann darf ich zwei VMs On-Premises oder zwei VMs unter Azure betreiben. Diese VMs unter Azure dürfen in Summe nicht mehr virtuelle CPUs haben, als ich Kerne On-Premises lizenziert habe. Wenn ich mehr Standard-Lizenzen habe durch ein Stacking oder entsprechend durch eine Nutzung von weiteren Servern, dann habe ich das natürlich mehrmals. Klar, ich könnte auch sagen, ich kaufe mir zehnmal die Standard-Basis-Lizenzen mit 16 Kernen, füge eine Software Assurance hinzu, dann darf ich unter Azure 20 VMs mit in je VM maximal acht Cores verwenden, sodass ich eben nicht mehr V-CPUs verwende, als ich Kerne On-Premises lizenziert habe. Bei Data Center habe ich ein Und, dazwischen stehen aber nicht für unlimitiert viele VMs, sondern bei korrekter Lizenzierung eines Hosts On-Premises habe ich On-Premises, unlimitiert viele virtuelle Windows-Servernutzungsrechte und zwei VM-Nutzungsrechte unter Azure, wo ich die Lizenz nicht nochmal bezahlen muss. Das ist wichtig, den Compute muss ich natürlich trotzdem bezahlen. Das ist weiterhin notwendig. Das heißt, die VM kostet mich da nicht null, aber ich muss die Lizenz nicht nochmal mitbezahlen. Jetzt wird man sich natürlich fragen und sagen, wer macht denn das dann mit Data Center? Da bin ich ja viel schlechter dran. Wenn ich meine Data Center Lizenz nach Azure verschiebe, dann könnte ich mir dort einen Host bauen und könnte sagen, ich mache folgendes. Dann wären wir plötzlich wieder bei dem Oder-Thema. Ich nehme hier mal den SQL Server weg. Ich sage, ich will jetzt gar nicht die zwei zusätzlichen VMs mit reduzierten Windows Server Lizenz kosten, sondern ich mache mir unter Azure eine leistungsfähige virtuelle Maschine. Und zwar mache ich hier irgendwie sowas, vielleicht 64V CPUs, 128 GB RAM. So, diese Maschine, die reserviere ich mir für drei Jahre und ich mache den Azure Hybrid Vorteil und ich schiebe dort meine Data Center Lizenz hin. Dann habe ich plötzlich auf dieser Maschine mit 128 GB RAM die Möglichkeit, beliebig viele weitere VMs zu betreiben, die dann mitlizenziert sind. Wir haben ja eine Nested Virtualization. Es hätte also für 689 Euro im Monat einen Virtualisierungs-Host, auf dem ich weitere VMs betreiben kann. Das ist dann letztendlich der Unterschied mit der Data Center Lizenz, womit ich damit dann doch einen Vorteil habe. Ich habe auch einen Vorteil, es gibt die Möglichkeit, unter Azure eine sogenannte Dedicated Instanz zu haben. Das heißt, ich könnte unter Azure einen physischen Host auch bekommen oder mehrere physische Hosts und wenn ich denen eine Data Center Lizenz übertrage, habe ich dort auch entsprechend wieder unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Gut, das dazu. Dann noch eine Frage hier oder eine Anmerkung. Ich habe mit Azure einmal auf grünen Wiese angefangen. Azure AD erzeugt, vor allem mit Windows Server 20 Data Center installiert. Die VM ist standardmäßig in einer Workgroup, weigert sich vehement dem Azure Active Directory beizutreten. Gibt es einen Trick oder Best Practice. Wir sind jetzt hier bei einer virtuellen Maschine. In so einer virtuellen Maschine könnte natürlich ein Windows Server installiert sein und dieser Windows Server, der könnte ein Domain Controller sein. Ich könnte also unter Azure eine VM betreiben, die einen Domain Controller hat. Dann könnte ich zwischen diesem Domain Controller, der unter Azure läuft, und dem Azure Active Directory ein Azure Active Directory Connect einrichten. So wie ich es auch mache, wenn ich einen Domain Controller on-Premises habe. Nur mit dem Vorteil, ich brauche keinen Server on-Premises oder wenn meine noch vorhandene Infrastruktur on-Premises ausfällt, habe ich auch noch den Domain Controller on Azure. Viele Kunden, die ein lokales Active Directory haben, gerade im Enterprise-Bereich, also in größeren Umgebungen, machen das genau so, dass die ihre Domain Controller on-Premises haben. Die haben aber auch mindestens zwei unter Azure, damit die gesamte Konnektivität auch noch funktioniert, wenn die On-Premises-Infrastruktur komplett ausfallen sollte. Jetzt verstehe ich aber natürlich die Frage, ich kann doch ein Windows 10 Client direkt in das Azure Active Directory integrieren. Warum geht denn das mit dem Windows Server nicht? Das geht mit dem Windows Server per Definition. Ich habe das auch schon gemacht. Es geht aber in der Release-Version nicht bzw. nicht mehr. Das heißt, es gab Preview-Versionen von Microsoft, wo das gemacht werden konnte. Das wird auch in Zukunft sicher möglich sein. Ich kenne auch Dokumente, die das beschreiben. Ich habe das jetzt aber schon mehrfach gehört und auch getestet, dass die Integration nicht erfolgreich war wie beim Windows Client. Und von daher würde man im Moment dann eher dazu übergehen und sagen, ich habe meinen Active Directory und ich habe meinen Azure Active Directory und das verbinde ich über den Azure Active Directory Connect. Das heißt, dieses Hinzufügen eines Servers, so komfortabel wie wir das beim Client haben mit dem entsprechenden Onboarding, wird wohl noch etwas Zukunftsmusik sein. Gut, jetzt nochmal zu meinem Rechenbeispiel. Ich habe hier eine virtuelle Maschine berechnet und jetzt nehmen wir mal wieder eine kleinere, damit die Summen ein bisschen überschaubarer sind, dass wir da nicht gleich die ganze Zeit an den explodierenden Kostenrahmen denken. Nur Betriebssystem, Standardinstanz und so weiter passt. Jetzt müssen wir immer berücksichtigen, das ist ja jetzt nur die VM. Was möchte ich denn dort vielleicht machen auf der VM? Ich möchte die erreichen. Dann brauche ich noch etwas Netzwerk. Schauen wir mal rein. Moment, wo haben wir Networking? Und naja, wie komme ich da hin? Vielleicht über einen VPN Gateway. Ich kann mich unter Azure mit verschiedenen Szenarien koppeln. So jetzt gerade die Frage, wie mache ich das dann eigentlich mit der Konnektivität? Eine einfache, flexible Möglichkeit ist VPN Gateway. Kennen wir alle, geradezu in der aktuellen Situation. Ich bin vielleicht im Homeoffice. Ich wehre mich in mein Firmennetzwerk über VPN ein. Geht auch noch Azure. Ich könnte also sagen, ich habe unter Azure eine VM, da läuft ein Windows Server drin. Und dann gibt es ein VPN Gateway, über das erreiche ich den Windows Server. Jetzt kriege ich aber das VPN Gateway nicht dazu. Wichtig, dass es nur eine Option ist. Es gibt viele Optionen. So, jetzt gehen wir nach Deutschland West. Ich habe ein VPN Gateway. Ich hätte ein VPN Gateway. Da gibt es verschiedene Größenklassen. Also ich mache mal ein Gateway 1. Größenklasse, Gateway Stunden. Naja, das soll immer da sein. Wird immer genutzt. Dann habe ich 10 Tunnel inkludiert. Wie viele zusätzliche Tunnel brauche ich? Naja, vielleicht sind wir 20 Benutzer. Also brauche ich 10 zusätzliche. Dann gäbe es aber auch ein Point to Site. Da sind, Entschuldigung, das habe ich falsch gemacht. Brauchen wir gar nicht. Weil das oben ist Site to Site. Also wenn ich Standorte dauerhaft kopple, da reicht uns vielleicht einer. Und für Point to Site, also Endpunkt zur Site sind 128 mit dabei. Wenn wir 20 Mitarbeiter haben, passt es. Jetzt sagt er, oh, für meine Auswahl ist in der Region nichts möglich. Also zwischen Wienetz, müssen wir wissen, ist der Datentransfer kostenlos. Jetzt wird das aber in dem deutschen Rechenzentrum noch nicht angeboten. Also hätte ich letztendlich eine VPN-Verbindung. Dann will er von mir noch wissen, wie viel Daten übertrage ich denn dort. Vielleicht 100 GB im Monat. Dann kostet das auch nochmal etwas. Und letztendlich komme ich dann am Schluss nochmal auf einen Preis für meine VPN-Verbindung. Und dann will ich die virtuelle Maschine natürlich noch sichern. Backup wird mir ja auch angeboten. Also gehe ich hier auf, wo haben wir es, Backup. Man kann hier oben auch suchen, wenn man es nicht findet, so wie ich gerade. Also mache ich ein Backup. Das ist bei der virtuellen Maschine nur ein Klick. Dann habe ich das Backup auch noch mit dabei. Aber ich muss natürlich zahlen. Ich habe es wieder Deutschland-Westen. Ich habe einen virtuellen Azure-Computer. Der ist vielleicht 100 GB groß. Ich habe eine lokale Redundanz. Und schon kommen da auch nochmal Kosten dazu für die Sicherung von 15 Euro und so weiter. Sodass ich letztendlich bei einer Kostenbetrachtung auch bei der ersten Schätzung da verschiedene Komponenten hinzufügen muss, damit es einigermaßen passt. Ich sage dazu immer, Azure ist technisch genial und großartig. Kostenseitig ist es so, dass uns unter Azure eigentlich nichts geschenkt wird. Es gibt unter Azure die Vorschaudienste. Die sind kostenfrei. Und es gibt manchmal so Dinge wie beim Azure Monitor, dass ich ein gewisses Kontingent kostenfrei habe. Weil Microsoft einfach sagt, in so granularen Einheiten ist vielleicht der Abrechnungsaufwand viel höher, als das, was dahinter steckt. Und unter Umständen habe ich auch ein gewisses Grundrauschen, was dann nicht doppelt bezahlt werden soll. Aber das sind die seltensten Fälle. Ganz kleine Instanzen des Web-Servers sind kostenfrei. Wir haben das Thema des Azure Monitors, wo 5 GB im Monat kostenfrei sind. Aber ansonsten müssen wir davon ausgehen, alles, was wir dort nutzen, da ist ein Preisschild dran. Es sind manchmal nur ein paar Cent, aber auch das summiert sich auf. Gut, das soll jetzt Azure in keiner Weise schlecht machen. Ich habe es ja mehrfach erwähnt. Ich finde es technisch genial. Ich finde es bloß immer ein bisschen gefährlich, wenn man beim Kunden ohne eine Preisbetrachtung reingeht, weil Microsoft hat auch schon festgestellt, dass die Kunden, die Azure dann nach einiger Zeit wieder verlassen, es nicht tun, weil es zu teuer ist oder weil sie unzufrieden sind, sondern die verlassen Azure, weil sie einfach das Gesamtszenario nicht berechnet haben. Weil sie letztendlich bei der kurzen Betrachtung vielleicht nur auf die FIMs geschaut haben und dann zum Ergebnis gekommen sind, kriegen wir günstiger hin als On-Premises und dann aber nicht berücksichtigt haben, Netzwerk kostet was, Backup kostet was und so weiter. Auch das Monitoring für die Azure VM kostet etwas, wenn ich über die 5 GB hinauskomme und man dann zu dem Schluss kommt, hätten wir doch unser Rechenzentrum weiter betrieben. Kann mal vorkommen und das möchte ich vermeiden. Ich möchte empfehlen oder was heißt möchte, ich empfehle unbedingt eine vernünftige Kostenbetrachtung zu machen und wenn dem Kunden die Kosten bekannt sind, dann kann er auch korrekt entscheiden für das eine oder das andere. Gut, dazu nochmal ganz kurz zurück auf die Präsentation. Wir haben jetzt ein Wochenende vor uns. Schön, dass ihr nochmal dabei wart, jetzt so kurz vor dem Wochenende. Am Montag könnten wir uns gleich wieder hören, da geht es um den Endpoint Manager, wieder um 9 Uhr. Freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Am Dienstag geht es um die Windows Server Grundlagen. Ganz häufig gefragt worden in letzter Zeit, können wir nochmal was zu Active Directory DNS, DHCP machen. Schauen wir uns an. Nächste Woche sprechen wir auch ein bisschen über End of Support und über Autopilot. Alle Termine findet ihr ja unter www.vbsc-events.de slash webcasts oder auf meiner Website www.manfredhelber.de dort in der Rubrik WBSC und dort unter Webcasts. Und natürlich könnt ihr dort auch wie immer 10 Rucksäcke diesmal gewinnen. Und es ist kein Fehler. Es ist die gleiche Frage wie heute Morgen. Das hatte ich in diesem Termin auch nochmal erzählt. Ich hatte nochmal erwähnt, auf welcher Microsoft Konferenz wurde Azure Arc öffentlich vorgestellt. Wer genau zugehört hat, hat die Antwort direkt parat. Man braucht nicht die Jahreszahl dazu. Es reicht einfach den Namen der Konferenz zu nennen als Gewinn-Code-Wort. Ich werde jetzt dieses Video ja auch dann gleich wieder auf YouTube hochladen, wer es nicht mehr genau weiß. Es war ja in den ersten 5 Minuten gefallen, welche Konferenz es war. Damit sage ich euch vielen Dank für eure Zeit fürs Teilnehmen. Vielen Dank für die Fragen, die zwischenrein kamen. Wenn es noch Fragen gibt, dann würde ich empfehlen, die jetzt in den Chat zu schreiben. Und euch wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Ich schaue noch ein bisschen in den Chat. Und die Aufzeichnung ist dann so in ein bis zwei Stunden auf YouTube verfügbar. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis Montag. Tschüss.